Was passiert eigentlich, wenn Menschen keine Fehler mehr machen? Was würdest du sagen als Antwort? Die Antwort ist folgende. Wenn du jetzt nicht mehr bereit bist, irgendwelche Fehler zu machen, du stoppst auch automatisch deine Weiterentwicklung. Und du wirst, das was du schon verstanden hast, wirst du nicht so weiterentwickeln, dass du da auch bessere und darauf folgende Ergebnisse resultieren kannst. Und das lässt du nicht zu, weil du dir sagst, ich stoppe das, was ich richtig gemacht habe. Ich stoppe mit den Dingen, wo ich mit einer Weiterentwicklung vollziehen kann. Du musst dir wirklich darüber im Klaren sein, wenn du keine Fehler mehr machst, dann heißt das nicht, dass du vollkommen und allwissend bist. Du sagst dir aber, ich bin nicht bereit, weitere Fehler einzugehen. Und das ist der negative Punkt, den du dann zum Tragen bringst, wo du dir einfach nur sagst, ich bin nicht mehr bereit, mich auf die und die und die Situation einzulassen. Das merkst du, indem du dir einfach nur mal wieder vor Augen führst, was du nicht möchtest. Und automatisch schaffst du es nicht, dass etwas, was eigentlich für dich gut ist, nicht auf dich zukommt. Weil du dir eigentlich immer nur wieder einredest, nö, interessiert mich nicht. Probier das mal und sag dir, ich bin jetzt bereit, Fehler zu machen. Denk da einfach mal dran, setz das um in diesem Sinne und bis dann.